Willkommen zurück bei BROFORCE am META Praktischerweise ist jetzt schon wieder Ladebalken Acht aber nix geht ja gleich sowieso los Können wir schon mal ein paar Fingerübungen machen Und zwar ballern 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 Okay Dirty Browery ist am Werk Ich habe diesen Level eben schon ein paar mal gemacht Als ich dann merkte Dass meine Platte vollgemüllt ist mit allen möglichen YouTube Videos Die wir erstellt haben Und er deswegen Keine mehr machen konnte Also was heißt denn machen Ich konnte keine mehr machen Weil er die nicht mehr aufnehmen wollte Und ich habe mich gewundert und gefragt was ist da los Oh Ach Ich dachte der Shimun Okay komm jetzt erreicht Gelogen geschnacksele Ja Super Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen Super Boah wie hoch kann der springen? Sag mal aus wie so ein Doppelsprung oder sowas Geht's denn hier lang? Ah ne, nicht zum Hund Hm, das ist auch sehr ungünstig dort Schauen wir das da hin? Ah, wir können keinen Anlauf nehmen, ne? Ah Ah, verdammt Okay, ich habe es geschafft Aber zu welchem Preis Oh, okay, komm Den nehmen wir noch mit Hallo Boah Boah, noch den unbeliebtesten Jedenfalls Mein unbeliebtester Robocore Robocore Vielleicht spiele ich ihn einfach nur falsch Ups Oh Was Das kann doch gar nicht Das war doch nicht Das ist ja nicht euer Ernst Okay, das geschmeide ich Jetzt müssen wir nach oben oder hin? Stirb doch Stimmt der mit dir nicht? Hier erstmal Atomstart Ja, Koning kann auch nur rumhängen Wie war das noch? Hier in der Fallstuhl Achso Zu dumm Zu dumm Okay Läuft Ja 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 Bruiser Größer als Koning Ja Ja Bruiser Kettensäge Mazaga Ja Ja Weniger sammeln Mehr schafft Press Fire Oh Oh Okay Datus weiter So mach ich das Ich brauche neun Mit ihm kann man nichts gewinnen Kein Krieg Nix Nicht mal ein Wettbewerb unter anderen verbeten Okay Dafür ist er tatsächlich gut Oh Bombe Och Er ist in pieces wohl eher Warum ist er so unanständig gut? Wenn jemand vergleicht mit den anderen Er ist schnell In der Robentonne Ja ich bin aber noch nicht ganz gesund Aber es wird besser Die 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 Was hält ihr ein? Schmeißt da noch Bomben ey Ob sie hakernt Ne Boah Komm Ist aber ein bisschen unfair mit den ganzen Explosionen hier Ahja Ein Broke Okay Schnell Oh zwei Ist gut Ich erinnere mich ein bisschen an die Zwillinge aus Prison Break Ob es keine Zwillinge sind aber egal So graben wir uns hier durch Hehehehe Tja Oha Bombe 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 Boah ii so viele Bomben Schnell wieder weg Was ist Was Warum Sind die irre ey Hör mir auf Hör mir auf Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhö Okay was haben die denn für den Rage Modus Aber gefällt mir Oh hier den fach schon ein bisschen kapern Ah Hörhöhöhöhö Was sind das müssen die Bombe Hörhöhö So Ok wir haben jetzt drei Leben Leider Machete Nee, nicht nach oben, nach unten. Der Party Gangster, huah! Oh nein! Oh nein! Was hab ich denn angestellt? Ich bin nach unten! War da nicht eben noch Roboter? Jee! Da hat sich wahrscheinlich selbst in die Luft gejagt. Oh, den haben wir denn hier? Nein, hier geht sich lang. Oh, ich komme, ich komme, ich komme! Alter, stand da noch ein dicker Cyborg! Oh, Cyborg! Irgendein Moppet halt! Press Fire! Press Faster! Klopf, klopf! Oh, zu spät! Reihenfolge nicht beachtet! Ups! Ja! Ja, natürlich ein Mega Cocktail! Auch mal kompensierten Matsch! Hihihi! Wie machen wir denn da? Auf seine Fühler schießen! Das war nichts! Lass mich mal raten! Oben ist irgendeine Hightech-Waffe und die kann den Helikopter kaputt schießen! Und das ist einfach nur so ein Rennen! Wo bin ich? Ach ja! Ach ja! Puh! Ach so, Mann! Fehlen mir die Worte! Und Beleidigungen! So viel Beleidigung fand mir gar nicht ein, wie ich jetzt sagen müsste! Oh, hier ist ein Go drin! Ist klar! Ne, doch nicht! Weg! Aus dem Weg! Ich muss höher! Weg mit euch! Oh, da ist auch keiner drin! Oh, läuft gut! Oh, komm! Nix wie weg hier! Und jetzt? Womp! Na, natürlich! Was denn sonst? Womp! 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 Boah! Das ist ein irre Ding, ey! Wer hat denn hier 3 Milliarden Bomben dabei? Fuck! Verkackt! Oh, das Klo ist auch noch kaputt geschossen hier! Ah, Moment! Kann ich den so aufhalten? Und? Kriegst ihn? Tatsächlich. Eternal Flame. Darum stehen also die Dinger rum. Sie schießen den Helikopter ab. Nice. Wir haben es alleine rausgefunden. So wird das gemacht. Aber krass war es schon. Sieg. Gut Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, ins Gesicht bei Broforce. Bye Bye. Bye Bye! Bye bye.